Ja, hallo Fußballfreunde. Eine ganz traurige Mitteilung muss ich euch machen. Unser Diego Maradona ist heute verstorben in Argentinien. Habe ich über die Presse gehört und über den Rundfunk und Fernsehen. Also für mich war der Junge, ich durfte ihn ja bewundern live, für mich war er einer der besten Fußballer, die ich jemals gesehen habe. Ich will ihn auch nicht mit anderen Leuten vergleichen. Diego war Diego und andere Leute interessieren mich in der Beziehung nicht. Diego war zu meiner Zeit, also ungefähr in den 90er Jahren, in den 80er Jahren, hat er noch gespielt, einer der größten Fußballer, die ich jemals spielen sehen habe. Der konnte alles. So, und das ist dann das Gleiche, wie man sagt, der Nachruf bleibt der Gleiche. Aber für mich bleibt er unvergessen. Ich muss schon sagen, das hat mich in den Schock versetzt. Also, Diego war es gut. Also, du warst einer der größten in meinen Augen. Du bleibst bei mir unvergessen. Ich habe mich gefreut, oder immer noch, ich freue mich, dass ich dich live erleben durfte. So ein Fußballer, einmalig, unvergessen. Mach's gut, Jungen. Bist du rêcher, Schau. Sie halten, ich bin der Fall auf einem den Weg. Und ich bin der Fall. Das ist ein Fall. Ich bin der Fall.